Und damit herzlich willkommen zu einer schönen weiteren Folge von Ich zerkloppe alle Bugs auf einem Planeten. Helldivers 2, die Helden kehren zurück mit frisch gewaschener Rüstung. Sehr schön, so. Wo bist du? Da bin ich. Hier wär's hier. Hier wär's schön. Denk ich mal. Ich bin so... Mehr Leben. Zack. Sehr gut. Wir sind immer noch so schmutzig. Wo ist es? Die letzte Mission. Uiuiui. Sehr schön. Jawohl, werfen Sie uns bitte ab. Es ist ein hässlicher Planet. Es ist ein Bugplanet. Uh. Jetzt wird gleich schön, gell? Dann ist es wieder doof. Ach so, ja, das ist doof. Zur Zeit ist es übrigens so, dass alle immer einen Einmal-Raketenwerfer reinrufen können. Oh. Okay. Da sind wir schon. Bom. Uiuiuiui. Sie sind der Beste der Besten. Ich weiß. Ich bin der Beste der Besten. Verstehst du? Hat er gerade gesagt. Mhm. Einmal für dich und einmal für mich. Oh ja, ja, ja. Wieder. Die ist für mich, ja? Die automatische Kanone. Genau. Nämlich. Du musst ja noch den Rucksack einsammeln. Der ist hier hinten dran, ja. Genau. Dann kannst du praktisch, wenn du fünf Schuss abgegeben hast, dann kannst du nachladen. Ja, 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 ja. Und ansonsten kannst du gar nicht nachladen. Das heißt, du kannst nicht Munition verschwinden. So, jetzt suchen wir mal. 200 Meter. Mal erstmal hier drüben das Bugnest rechts von uns. 100 Meter. So, diese ganzen Wiesen. Genau, da oben. Das hätte ich meine eigene Artillerie dabei. Genau. Uh. Oh, da kommt was Dickes. Da war was Dickes. Jawohl. Auch da lädt ja auch recht schnell nach, ne? Genau, wenn du nicht komplett leer schießt, lädt da auch recht schnell nach, ja. Ja, komm, jetzt. Ah, nein, 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 nein. Au, 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 au. Jetzt, au, au. Jetzt bin ich tot. Im Nachladen, weißt du, haben sie mich platt gemacht. Ich habe nämlich Blutung in der Brust. Oh, ich habe meine Punisher fallen gelassen. Ich, au, au. Du wirst gerade voll gespritzt. Von irgendwas Ekligem. Da, da, da. Wo liegt denn jetzt meine Punisher? Irgendwo lag die doch hier. Ich müsste direkt neben dir sein. Markiere Karte, westlich, 100 Meter. Sehr gut. Oh, jetzt sammeln wir hier mal eins. Ich muss mal kurz nachladen. Sehr gut. Pistole. Peile, schau. Ja, die ist gut. Die ist auch gut. Ja, da, ach so, die habe ich ja sowieso automatisch ausgerüstet. Okay. Warum bin ich denn eigentlich in gebückter Haltung? Wie kriege ich denn das hin? 10, okay, gut. Ja. So, warte, da muss ich mal gucken. 10 von 10. Sehr gut. So, was haben wir hier hinten? Hast du das schon aufgenommen? Ja, ne? Ja. Du bist ja so gut, ey. Monizion, auf geht's. Das liegt alles an der, äh, wie sagt man? Gemeinschaft. Ja, 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 ja. Klar, Demokratie ist wichtig, ne? Genau. Pitbull, schön, dass du dabei warst. Und einen schönen Abend noch für dich. Oh, das ist aber ein staubiger Planet. Markiere Position, egal westlich. Egal westlich? Okay. Da ist das nächste Bagnast da. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Da müssen wir erst mal hinkommen. Oh, der Kleine kommt hier, Achtung. So, ich kann nicht nachladen. Schon, doch. Fertig. Dann, gar lang. Aber warum habe ich jetzt nur noch 6 von 10? Habe ich nicht mehr Schuss oder ist das einfach so? Du kannst immer nur in 5er Schritten nachladen. Ach so, okay. Das heißt, du müsstest, wenn du jetzt einen Schuss abgibst, kannst du dann wieder aufstocken auf 10. Ach so, ach so, ach so. Das ist ja alles verrückt hier. Diese große Kanne ohne möchte ich bitte aktivieren. Für die Demokratie natürlich. Nicht aus Eigeninteresse. Jawohl, nehmen wir mit. Ich habe ein Paket gefunden. Aber habe ich noch nicht mal Geburtstag. Da liegt einer rum. Ja, die sind alle so v. Ist unglaublich ehrlich, weißt du? Wir kämpfen hier für Frieden und Demokratie. Und was machen die? Ja, so ein bisschen tot sein, das ist komplett lost. Das kann jeder, weißt du? Oh, die Dinger sind aber echt schwer. Es ist furchtbar. Aber solange dich hier keiner angreift, ist ja eigentlich auch wieder nicht schlecht. Was hast du denn da gefunden? Ich finde nur die geilsten Sachen. So, genau. Hast du schon voll? Ne, ne. Ne, eine fährt noch. Und da kommt auch schon wieder was. Liegen. Riesige kleine Wart, ich muss nachladen. Tod den Bugs. Oh, da kommt was dickes. Ich glaube, du hast ziemlich alles unter Kontrolle, oder? Ich würde es jetzt nicht so beschreiben. Ja, doch ganz gut aus. Bist du nachladen musstest? Ja, ich konnte noch nicht nachladen im Moment. Na komm, lade hin. Aber jetzt muss ich ganz schnell nachladen. Ja, das war's. Ah ja. Ich hole gleich noch eine Nachschubbarke. Warte. Äh, Nachschub. Bist du denn? Tätig fehlt. Ist das hier genauso aufgebaut? Dann ist es hier hinten. Smoke. Schade. So, ich hole schnell Munition. Ich verfolge da was ziemlich Böses. Ja, ja, ja. Nee, die Viecher sind richtig fies, weil die können dich aus deiner Heilanimation rausnocken. Boah, das glaubt, das haben die vorhin auch gemacht. So, sind wir bereit, glaube ich schon, ja? Ja, kannst du... Wo ist das Ding? Ich hole mir auch noch mal kurz Munition. Genau, kannst du auslösen. Dann geh mal zum Beladen. Bin Laden? Zum Bin Laden, genau. Lege Paket ab. Kommt hier irgendwas? Noch nicht. Und dann kannst du wieder Signalstärker einstellen. Habe ich schon direkt auf 100? Oh, ich bin so gut. Ich bin so ein Signalverstärker. Super. Was? Super. Ja, oder? Dann gehen wir Mission machen. Jawohl. Ach, das war jetzt bloß so eine Nebenmission, oder was? Das ist eine Nebenmission, aber die bringt natürlich auch Erfahrung und Geld. Und wir haben jetzt Artillerie zum Verballern. Oh ja, 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 ja. Sehr gut. Da drüben hinter dem Felsen lauert was. Neben dem... So sieht's aus, ja. ...Nurmel. Neben der kleinen Murmel. Geh mal rechts rum. I see you. Wo bist du denn? Ii, was spritzt mich denn hier nass? Die grünen Spritzen. Ekelhaft. Eui, 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 eui. Eben. Uh. Au. Mach doch nicht sowas. Ist auch so. Acht von zehn, jawohl. Oh, kann ich hoch? Danke, super. Möchtest du, oder soll ich? Was denn, was denn? Was müssen wir machen? Wir müssen eine Bodensonde rufen. Wo mach ich das? In deinem Taktikausrüstungmenü. Wie alles andere auch, was von oben unterkommt. Eine Boden... Hab ich gar nicht. Was habt ihr noch nicht? Nö, Verstärkung, SOS-Parke. Äh, warte, gehen wir hier näher an den Krater. Oh, warte, da kommt was. Essentielle Taktikausrüstung verfügbar. Jetzt. Ja. Süsse, da läuft's doch. Oh, hier kommt aber ganz viel. Au, 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 au. Jetzt haben's mich, jetzt haben's mich. Und weg war ich. Eliminiert von Klauen. Ich lass mich hier nicht beklauen. Bin sofort wieder da. Oh, au, au. So. Nehmt das! Elende Bugs. Was? Tunnel durchbruch. Oh, ich würde auch gerne nachladen, kann's schaffe ich das noch? Ja, ja. ich mach mal ein bisschen mehr control und jetzt habe ich natürlich den sound zerschossen das war natürlich jetzt glaube ich nicht so gut so was muss man jetzt machen gar nichts oder muss am terminal wahrscheinlich wieder was eingeben wo ist denn der blöde an der probe ich stehe am terminal ich muss irgendwas machen was brauchen die den e3 bodensensoren werden kalibriert du hast mein schiff versenkt wer ich hier oben liegt noch ein bisschen munition ja 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 nämlich alles dankend an aber doch ist sauber gelöst immer fällig ich glaube der hat noch eine phase war es dann einmal auf den knopf so mehr war es nicht wenn ich einmal auf den kopf drücken genau meine intelligenz notwendig damit kommen die spieler zurecht was drückt nur einmal bitte auf den knopf versaut nicht was so ich habe noch ein paar granaten kann ich noch mal nachladen ja warte so ist geladen jawohl den von zehn sehr gut da könnte man doch eigentlich an den nachschub brauchen eigentlich nicht oder so der hat keine das sind ein komischer soldat ja das habe ich ausrüstung ist teuer weißt du er hat auch keine der weine ist ja tatsächlich eine gucken bei dem könnte ich ein backnest heißt ja da nach dahinten ja schreit und ich so ja ich mache ich noch ein bisschen anderen lärm ja den quatsch können wir ja auch noch mal bestimmt ja das war jetzt bisschen blöd oder passt schon deshalb ist ein arg weit geflogen aber es passt schon meinst du hast ein backloch erwischt das war ja das ziel lasst sie fliegen sehr gut da oben auch nest oder sieht es nur so aus da oben auf dem berg diese stoff wir haben so einmal irgendwas da kommt was keine munition hat und ich lade nach ja alles die großen hast dann dauert es eine weile nur ja wenn du komplett geschossen hast brauchst du länger das heißt häufiger nachladen ist tatsächlich besser hier ist dann lässt du da müssen erst dann da ist es so weit vorne treffe ich da genau vertrefft leider nicht von ihm das schon einiges du bist wie mobile artillerie sehr gut so ich brauche mal eben nachschub ja dann lade ich den mannach ist nachgeladen ja gut wundervoll da läuft doch ganz gut also glaube ich zumindest ich bin der festen überzeugung es läuft gut rund entspannt ja ja nicht klar sagte er und schon dass die hose voller gleis da weiß wie das ist bloß nicht sagen es ist eine ruhige nacht das stimmt es gibt dinge die dürfen nicht ausgesprochen werden was dein auge oder da kommen da lade da oder hinten kommt wieder was angelatscht und zwar nicht klein bleibt stehen sehr gut achtung links wo ist jetzt ja was haben wir denn hier noch artillerie sperrfeuer das klingt doch gut das können wir doch das kann ich doch schon mal in die hand nehmen das schon mal in die hand ja was ist denn da los das ist das nächste hauptziel hinter uns sind käfer wo 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 ja 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 bitteschön einmal orbitalfeuer dann läuft doch ich bin ich komme ich komme ich bin ein terminal ich höre ich muss halt ja so ja die haben wir nicht lange überlebt wird das war ja das war gut ich habe das ding schon aktiviert glaube ich hat auch wieder mehrere phasen also ja ich habe schon glaube ich alle durchgemacht ich habe sie alle durchgenommen alle da müssten jetzt nur noch die arme hochgehen hinter uns und das technische entscheiden oder was ich habe keine munition doch ein bisschen ok was ist denn das schönes das ist eine klasterbombe ja ja klasterbombe ist gut ist gut sind ja auch hundert prozent genau alle treffen den boden lade nach sehr gut sehr oberta nächster das sieht doch gut aus oder hinten kommen noch ein paar achtung kundeldurchbruch klingt ja jetzt nicht so gut läuft das alles bei uns ja oder kann ich noch mal nachladen so brauchen wir noch meinen abschub vielleicht ach so wir sollen schon zurückkehren ja gut wir haben noch eines zum ausheben und dann hatte ich wohl schnell nachschub ja gut hab ich bin du willst hier hinten ist was ja ich kann auch wie immer waffe wechseln ist ja schneller als nachladen was bespritzt mich ja noch sobald wir bereit sind wartet leider nach und dann geht es schon los dann sind wir hier wieder voll dabei sehr gut so ready diese rote soße sollte man nicht sprung da hinten ist was los also man sollte vielleicht nicht flach liegen sonst ersäuft man wie man es erwarten würde achtung neben dir auch ich kann hoch ja ich muss nachladen juli der lebt er noch stopp jetzt den kopf abschießt dann können sie noch weiter bewegen die ich müssen ja wie die hähne hat mein herrn da ist eine halbe stunde noch über den hof gerannt nachdem man den kopf abgeschlagen habe zwar schon das war lange her früher als man noch haustiere hatte weißt du so so ein schlacht nutzt ihre haustiere zum schiff warte mal neben uns da ja oh scheiße habe ich mich jetzt selbst getötet du bist nicht tot ich muss ganz kurz nachladen da bin ich wieder voll bin ja auch unter uns sobald ihr bereit seid jawohl was haben wir denn hier von brand das kann ich auch benutzen das kann man auch benutzen es gibt sogar als taktik ausrüstung das riesen ding hat allerdings glaube ich begrenzte munition war es unglaublich immer weiter oder naja aber um eigene munition zu sparen ist doch doch ganz gut absolut wieder ein loch ein loch loch ein loch und hält doch ach ja 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 ich sehe schon mein david und tschüss ist ja gut ja zum blauen himmelsstrahl das klingt gut erzader position verifizieren machen wir ja haben wir gemacht sehr gut wir sind eben gut weißt du wir sind halt richtige demokraten das ist gut müssen wir nur noch gucken dass hier keine bösen kommen auch von da und irgendwo kommen sie okay ich glaube die kommen da nicht mehr durch sehr schön sehr feuer halten da kommt noch irgendwas runter rein kommen hier keine mehr jetzt jetzt wo ich die bombe in der hand habe weißt du loser alles nur soll diese gruppe schon so richtig ausgelöscht wir haben halt alle platt gemacht aber ich mache jetzt halt mal mein sperrfeuer ich mache hinterher jetzt müsste da der riesen back kommen aus versehen weißt du zufällig sehr gut das brauchen wir jetzt immer leider extrem ungezielt macht nix die masse macht es weißt du das ist schön krass aber was zum gucken soll werden wir aus schattel erwartet auf jeden fall aber sieht geil aus du kannst sagen was du willst absolut da kommt jetzt wird es aber dunkel hier was jetzt los die sonne geht auf das nimmt hier soll ja gut dadurch werden die schatten mehr stärker da da hinten müsste die sonne hochkommen da helikan wir haben in pelikan da hinten ist noch ein benzin fast worte doch sie ist da haben wir doch genau das sorgt für rückendeckung da kommt tatsächlich welche die haben sich noch zu uns getraut das ist doch beschiss die freiheit hat sie gestärkt jawohl sehr gut da fliegen wir hinein in den nachthimmel evakuierte hell divers 2 jawohl sehr schön zerstörte außen posten haufen wieder völlig überragende völlig überragend das stimmt absolut 67 prozent befreit naja wir haben einem für 0,2 haben wir gesorgt aber immerhin sehr schön aber diesmal bin ich nicht so dreckig sehr schön ihr lieben ein like ein abo wäre ein träumchen auf diese folge und da sehen wir uns wieder in der nächsten folge helder was 2 bis dann tschüss